Die Väter haben saure Trauben gegessen, deswegen sind nun die Zähne der Söhne ruiniert. So lesen wir es heute in unserem Predigtext. Heutzutage würde man sagen, die Alten haben es verbockt und die Jungen müssen es jetzt ausbaden. Das war ein Sprichwort in Israel vor 2500 Jahren. Und jetzt ist es hochaktuell. Auch heute wirft die junge Generation den Älteren, den Boomern, wie sie dann genannt werden, vor, ignorant Fehler gemacht zu haben, die die Jungen jetzt ausbügeln müssen. Stichworte Klimakrise, Digitalwüste, Abhängigkeit von fossiler Energie, Patriarchat und so weiter. Die Kritik ist an vielen Punkten berechtigt, an anderen eher weniger. Viele aus der Generation der Älteren reagieren extrem wütend auf diese Kritik. All unsere Errungenschaften und die Annehmlichkeiten, die wir mühsam erarbeitet haben, nehmt ihr Jungen für selbstverständlich hin. Aber alles, was wir eurer Meinung nach falsch gemacht haben, wird uns jetzt vorgeworfen. Die Väter haben saure Trauben gegessen, deswegen sind nun die Zähne der Söhne ruiniert. Das heißt eigentlich, ihr seid schuld. Ihr seid schuld. In diesen drei Worten steckt im Prinzip das gesamte Problem unserer Zeit. Wann immer etwas Schlechtes passiert, wann immer es ein Problem gibt, wir in eine Krise geraten, ist die erste Frage, wer ist schuld? Es wird sofort ein Verantwortlicher gesucht, eine Person, eine Firma, ein Land, der man dann den schwarzen Peter zuschieben kann und über den man sagen kann, der ist schuld. Als ob das irgendetwas ändern würde. Als ob uns das in der Krise weiterbringen würde. Wer schuld ist, der muss sich auch kümmern. Diese Einstellung steht dahinter. Das heißt aber auch mit anderen Worten, ich bin nicht schuld, also muss ich mich auch nicht kümmern. Und jetzt überlegen Sie mal. Bei all den Krisen, die Sie in Ihrem Leben bis jetzt erlebt haben, gab es jemals einen Menschen, eine Firma, eine Regierung, die gesagt hat, ja, stimmt, wir sind schuld. Jeder streitet seine eigene Verantwortung ab. Immer sind nur die anderen schuld. Und was bleibt? Wenn keiner schuld ist, dann ist auch keiner zuständig, das Problem zu lösen. Jeder sitzt auf seinem Sessel und sagt, da sollen die anderen jetzt mal schauen, wie sie das hinbekommen. Und dann? Dann passiert nichts. Gott sagt bei Hesekiel, weder muss der Sohn die Schuld seines Vaters tragen, noch umgekehrt. Jeder trägt die Folgen seines eigenen Handelns. Auf gut Deutsch, jeder soll erst einmal auf sich selbst schauen. Eine der klügsten Ratschläge der gesamten Bibel. Nicht die Frage stellen, wer ist schuld und dann mit dem Finger auf jemand anderen zeigen, sondern fragen, was kann ich tun, dass es besser wird? Ich muss gestehen, wenn ich im Moment Nachrichten lese oder höre, dann komme ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. So viel Dummheit, Borniertheit, Gier, Narzissmus, es ist echt zum Haare raufen. Und natürlich denke ich mir zuerst, wenn sich diese Vollidioten jetzt einfach mal richtig verhalten würden, wären so viele Probleme gelöst. Aber das wird nicht passieren. Es ist im Prinzip völlig egal, wer schuld ist, weil es nichts ändert. Und das bedeutet, ich muss mich fragen, was kann ich, ganz im Kleinen, in meinem persönlichen Umfeld, tun. Regional kaufen, mehr Fahrrad fahren, Strom sparen, Rücksicht nehmen, spenden, anderen zuhören. Nur ein paar kleine Beispiele. Natürlich darf man sich über andere aufregen, das tut ja auch gut, sind wir ehrlich. Aber wir dürfen eben nicht dabei stehen bleiben. Nicht sagen, die sind schuld, die müssen ran, sondern auf uns selbst schauen. Denn die Wahrheit ist, in irgendeiner Form, auf irgendeine Art und Weise, sind wir doch auch ein klein wenig für viele Probleme der Welt mitverantwortlich. Das will nur keiner hören, weil Schuld sind immer die anderen. Gott sagt bei Hesekiel, was passiert, wenn der Sünder seine Fehler einsieht und versucht, ab sofort gerecht zu leben? Keiner der Fehler, die er begangen hat, werde ich berücksichtigen. Die ganze Bibel ist voll von dieser Aufforderung Gottes, kehrt um, lebt anständig, versucht Gutes zu tun, schaut nicht auf andere, lebt euer Leben. Die Alten haben es verbockt und die Jungen müssen es ausbaden? Vielleicht stimmt das. Vielleicht nicht. Aber schlussendlich, es ändert nichts an unserer aktuellen Situation. Jeder von uns muss seinen Teil dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, völlig egal, ob er sich jetzt nun schuldig fühlt oder nicht. Wenn ich irgendwann nach meinem Tod vor meinem Schöpfer stehe und ich gefragt werde, hast du ein gutes Leben geführt, dann möchte ich zumindest ehrlich antworten können, ich hab's versucht. Amen.